Sie wissen nichts von Schmutz und Wohnungsnot, von Stempeln gehen und arme Leute küchen. Sie ahnen nichts von Hinterhausgerüchen, von Hungerlöhnen und von Trockenbrot. Sie wohnen meist im herrschaftlichen Haus, zuweilen auch in eleganten Villen. Sie kommen nie in Kneipen und Destelen und gehen stets nur mit dem Fräulein aus. Sie rechnen sich schon jetzt zur Haute Volée und zählen Armut zu den größten Sünden. Nicht mal ein Auto? Nein, wie sie das finden. Ihr Hochmut wächst mit Papis Portemonnaie. Sie kommen meist mit Abitur zur Welt, zumindest aber schon mit Referenzen und ziehen daraus die letzten Konsequenzen, Wir sind die Herren, denn unser ist das Geld. Mit vierzehn finden sie der Armen los, sei zwar nicht gut, doch werde übertrieben. Mit vierzehn schon. Wenn sie noch vierzehn blieben, jedoch die Kinder werden einmal groß. Bem oder hart zu holen, Preis ist das Geld. Ich schätze, was sie immer noch wächst. wir sind das Geld. damit sie noch nicht mehr haben. Soziales noch nie. Ich schätze, dass wir noch neig sein, wir noch nie haben. Sorry, für das Geld haben. wir sind ein paar Wimste, wir sind sie nicht mehr glaube, dass wir uns das Geld machen. Wir sind die Frage, wir sind die Frage. die Frage,